Das ist ein Männerstück, das sehe ich direkt. Ein kleines Stück für den Herrn. So wenig. Na ja, Sie sind eine Dame, da kann man leider nichts machen. Sie bekommen ja nur kleinere Stücke. So ist ja, die Frauen bekommen noch kleinere Stücke vom Kuchen. Da haben Sie auch ein großes Stück. Eine halbe Sonnenblume für Sie. Landstatistischem Bundesamt beträgt die Lohnlücke zwischen Männern und Frauen 21 Prozent. Anders gesagt, bis zum heutigen Tag haben Frauen für ihre Arbeit eigentlich noch nichts verdient. Den weitaus größten Teil ihrer Arbeitszeit, 29 Stunden, wenden Frauen für unentgeltliche Tätigkeiten auf. Denn die Leute hören und singen den ganzen Kuchen. Den ganzen Kuchen. Der habe die Angebote miteinander gehalten. Der Arme